Oh, nochmal erwischt, okay Jetzt hier ne Bombe vielleicht Ah, brauch ich gar nicht, okay Wie einfach weak back er gekillt hat Das ist schon ein krasser Move Ich glaub hier bleibt man einfach drin Und wenn man dann Wenn man eben nochmal dran will Muss man einfach mal warten Aber ich überlege auch gerade, ob ich das mal so probiere Oh, weggespiked, alter, damn Ich überlege gerade, ob ich es Auch mal so probiere, dass man neu rein joinen muss Weil damit würde ich natürlich auch vermeiden, dass Leute, die sich eingetragen haben Und nur einmal mitspielen Sich aber vergessen auszutragen Einfach wegzugehen oder sowas Dass ich die dann nicht mehr drin hätte Und ja, er wird einfach gerade Ultra geetschgadet, ne Du kannst halt mit sehr, sehr vielen Options kammern Ja Ich zum Beispiel, bei mir ist es so Ich hab mir einen Namen gemacht Also mich kennen eigentlich alle Ähm Einfach weil ich halt schon so lange jetzt mit dabei bin Ich hab ja in Smash 4 angefangen Auf Turniere zu gehen Was jetzt auch schon sieben Jahre her ist Dazu stream ich halt auch noch Gibt es inzwischen Anferladder oder so Ja, ja, das stimmt Aber das gehört ja nicht zu Smash An sich, ne Dafür muss man Im PC das machen Das ist so eine Website Auf der man sich dann Mit Profil eintragen kann Wie so ein Third-Party-Anbieter Quasi, ne Oha, das war mega gut, man Aber es killt nicht Schade Schade, schade Aber das killt Okay Kling Alter Ich mach hier einfach Training Training-Mode-Kombos Was war das denn, ey Das war ja mega heftig Oh, der Charged schon abgewertet Mit PK Fire Das war ja mal krass Aber ich glaube Ja Damn Einfach mit sehr killen Das ist richtig gut Viel mit Leuten aus SFZ Dann so ein bisschen Gemacht So gezockt, gecallt und so Und dann Ist mir nach einer Zeit halt wieder Also Ist mir halt auch gefallen Okay, ich hab mich jetzt noch mal Ein bisschen verbessern können Also Ja Falls ich gleich dran bin Dann gleich wieder da Alles klar Gut, dass du Bescheid gibst Oh, einfach Alter Als ob ich einfach die Abi gejabbt hab Nice Ja, das war die Zipper Distance Alter, was soll man doch machen Das ist eigentlich der wahre Grund Oh, die Link-Kombos Junge, let's go Ziel im Tor Ich bin's Oh, der war schön Oh, das war mega Oh, das war mega nice Alter Ja, eben Mit Yoshi krieg ich denke ich was hin Nice man Man merkt Man merkt einfach so direkt Welche Charakter ich einigermaßen spielen kann Welche nicht Ah, Junge Rob geht's ab Ja Rob geht's richtig ab Das war mega nice Alter Ich wurde dem Stock kein einziges Mal gerührt Yo Das hier ist halt läuft Gestreamt mit Mods Und Nintendo hat da halt vorbeigeschaut Und ich hab dann gedacht so Nö, der streamt das ja mit Mods Alter, was ist denn da los? Den müssen wir bannen Dann haben sie mich erwischt Hätte ich das Turnier ohne Mods gestreamt Wäre eigentlich alles gut gewesen Also geh ich mal davon aus Attacked Nicht, let's go Alter Come on game Oh shit Ziel von der Er wurde einfach überrannt Wurde einfach richtig überrannt Aber der macht auch Das ist ja so Ich werde jetzt einfach gucken Dass ich Nicht so oft Offstage gelange Alter, aber der wird auch Gerade ordentlich fertig gemacht Der kommt nicht zurück Holy shit Ich nehm's zurück Vielleicht sind 4 Minuten Doch Doch genug Zeit Wenn man gegen so einen NES-Spieler spielt Vernichtet einfach Oh Alter Good bye Damn Der hat Der hat richtig auf die Schnauze bekommen Er ist tot Der Mann Als ob Einer wird seine eigene Bombe gekillt So richtig schön langsam runtergerollt Aus seinen Kopf Warte mal Meine Timing sind bis ganz so gut am Start Alter Das hat mir gerade richtig gut geholfen Das macht einfach so viel Damage Hokus pokus Komm Boah Ich hab sogar Kaboom bekommen Das hat mir gerade richtig gut geholfen Alter Was ein früher Kill Okay komm Kamikaze Er kann es nicht schielen Er kann es einfach nicht schielen Ich weiß halt auch nicht was Das ich da dachte Aber let's go Das war ein Band Auf der hatte ich alle Charakter in Elite Und jetzt hab ich eine neue Und möchte auch wieder alle Charakter in Elite Könnte ich natürlich auch offstream Alle freischalten Aber warum nicht streamen Komm lass dich nochmal backthrowen Ja Boah es hätte fast wieder geklappt Ey krass Oh mein Gott Oh mein Gott Alter okay Ja Minmin ist vielleicht doch einfach zu spielen Ey der wird ja richtig fertig gemacht Der kann nix machen man Wie er einfach da steht Er stand einfach da und dachte Das klappt Tja nicht gegen Minmin Oh Junge Alter der wurde zerfetzt Ey Holy shit Das ist der Grund Damn die werden einfach fertig gemacht Ey ich bin Minmin main Let's go Anime schlecht ist aber Ich hab ihn erstmal pausiert Um andere Anime zu schauen Komm schon Boah schade Alter Was geht denn ab Ne also es ist einfach vorbei Das war Wie viel Dissue du Death war das Der hat mich einfach nicht berührt Alter ich bin richtig ab Ich rufen Oh mein Gott ey Der wird richtig fertig gemacht Ja er ist tot Damn Holy shit Der wurde einfach Ich hab mich mit seiner eigenen Pullen immer wieder weggekommen Und Clean clean Oh mein Gott Oh mein Gott ich hab ihn einfach in den ersten sieben Sekunden gekillt Ja Absoluter Pro Spieler Tja er ziegelt doch einfach Ach geil Ey der Arme Er hat gequittet Damn Damn Dem war es einer zu viel Ja der macht halt immer dasselbe Wirklich Alter Ja sowas ist zum Beispiel schon mal mehr der Charakter für mich Ey der ist Junge Der wurde einfach komplett weggeklippt Alter Dem seien der Karriere ist einfach vorbei Ja sowas ist einfach Closer